hallo youtube und herzlich willkommen zur ersten folge von den montagsmailer mit dabei ist auch noch der kenker guten tag so afk schade haus ist das deutsch oder englisch deutsch okay aber du musst das ö da aufschreiben da halt so ähm ha ich hab's ja scheiße ich muss ich hab meinen aufnahmen hotkey auf e liegen ich hab's auf plus du musst ja nicht drücken ja stimmt gut ist aber ich weiß also ich will jetzt auch zum ersten mal nicht zum ersten mal halt noch nicht so oft das ist schwarze wolle oder ne digger schwarzer schwarzer was digger schwarzer hat doch einer geschrieben ja ich hab's auch gerade gelesen nein nein ähm äh bombe ne ne Casey aber sah echt wie eine bombe aus oder multi-gamer hat es hä wie sieht das aus aaaa is bestimmt total einfach ist das bestimmt auch Jetzt ist es sowas wie, keine Ahnung, Apple, Deo, das hätten wir sehen können. Oh Gott. Ich bin der zweitschlechteste, um Gottes Willen. Nein, du bist der schlechteste. Nein, zweitschlechteste. Bei mir steht... Oh, der ist AFK. Warum? Glas. Ah ne, Glas, okay. Warte mal, da kommt bestimmt... Warte mal. Warte mal? Äh... Äh... Nein. Nicht Glashaus. Brunnen. Ne, das wird's Kaprunnen. Fette Oma. Oh Gott, ähm... Was ist das? Das ist... Das ist vielleicht... Das ist... Das ist vielleicht... Das? Oh Gott, ähm... Das? Nein. Das ist vielleicht das? Ähm... Nein. Hm... Wenn man es doch halbrichtig hat, dann gibt's einen Punkt, oder was? Nein. Äh... Der erste kriegt drei Punkte, der zweite zwei und die restlichen eine. Ähm... Kann das sein? Nein. Kann nicht sein. Hä? Was baut der? Ja. Du erkennst es gerade auch nicht, oder? Ha? Ich sehe nicht, was das sein soll. Das ist Lapis. Was? Ein Blau kann es nicht sein. Lapis. Lapis Lazuli. Das könnte sein. Schalt doch ein Schild hin. Niki, du hast es? Ja, klar. Denk doch mal nach, wenn das eine Flasche sein soll. Und es bezieht sich auf das obere. Nein. Äh... Deckel. Ha, ich hab's auch noch. Braust du? Oh, ich. Ich sag, baust du. Oh, oh. Äh... Ist es schwer? Ja. Oh fuck. Manchmal macht man auch, dass man ein Schild hinschreibt oder so. Hab ich manchmal gemacht. Oh god. Was ist es nochmal? Ich muss gerade immer noch nachgucken. Oben ist es. Okay. Äh... Scheiße. Ist es echt schwer? Ja, ich muss gerade überlegen, wie es aussieht. Ist es, äh... Ist es ein Produkt? Ja, schon. Also, warte mal. Äh... 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 Also, es ist was zu... Es ist was zu essen. Whatsapp. Ich muss das hier gerade mal so ausbauen. Und zwar, ähm... Es ist ein Apfel. Nein. Es ist etwas... Gibt es diesen Blog in Minecraft? Nein, das ist etwas zu essen, was es nicht in Minecraft gibt. Dafür brauchst du ein, äh... Ein... Ein... Ähm... Ein... Ein Eisen... Ein Eisen. Es gibt es also doch in Minecraft. Nein, du brauchst dafür ein Ding, was, äh... Halt eben das Wort enthält. Und dann noch ein Eisen hinten dran. Eisen. Und das hier oben soll ein Herz sein. Eisensuppe. Nein. Eisenhaltig. Äh... Schreiben Schild hin. Nein, so spinn ich nicht. Ich sag's dir dann irgendwann. Irgendwann. Also, es ist was Leckeres mit Mehl. Äh... Dafür braucht man ein, ähm... Äh... Ei... 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 Ach übrigens, wir haben nur noch drei Sekunden oder so. Äh... Waffel... 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 Ha! Waffel. W... Waff... Wenn, jetzt muss ich bauen. Das war aber scheiße, was ich hier gemocht hab. Das sieht auch scheiße aus. Ich wollte so Herzchen machen. Hat nicht geklappt. Oh Gott, was? Kenki. Hey, cool! Da hab ich ein Referat drüber gehalten. Äh... Warte. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack. Kreuz. Jesus. Wie sieht's aus? Kreuzigung, äh... Ja! Kreuzung. Kreuzung. Kreuzung, nein. Falsung. Dann heißt das Fals. Warte mal, Fals. Ah! Über Kreuzung hast du ein Referat gehalten. Nein, nicht Kreuzung. Kreuzigung. So hab ich das grad verstanden. Kreuzung. So kann man doch ne Kreuzung machen. Hitler! So kann man doch ne Kreuzung machen, oder nicht? Mhm. Ich glaub's. Ey, ich bin Zweiter und du bist Erster. Das ist toll. Ja, ich hab Kreuzigung gelesen. Ah, verdammt. Kraft! Hör mal. Warte mal, ist das Wolle oder Schnee? Wolle. Warte mal. Guck mal, was baut ihr? Ah, aah, 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 aah. Aah, aah. Kreuz. Kreuzigung. Ja. Äh. Ähm. Wann? Hör mal, was macht ihr da? Ich seh's nicht, ich seh's nicht, ich seh's nicht. Äh. Ähm. Ähm. Facebook. Das ist doch kein Facebook. Wie hätt ich ne Kreuzung malen können noch? Ja, weiß ich nicht. Kreuzung mal auch. Weil ich hätt ne Straße machen können. Early Boy. Ist das ein Skin? X. Was hat der mit dir? Findet's witzig. Ups. Müsste mal T drücken. Baut ihr ein Schild? Ne. Hä? Vielleicht Tetris? Ich hab keine Ahnung. Viel gewinnt! Äh. Nein. Geil. Das sieht jetzt eh gleich aus. Das sieht jetzt eh gleich aus. Hä? Hä? Nein. Eine Pillenwack. Oh klar. Kecker. Oh nein. Äh. Warte mal. Äh. Rote Wolle. Rote Wolle. Zack. Wie macht man das jetzt am Schluss? Zack, zack, zack. Zack. Komm, das ist einfach. Das ist richtig einfach eigentlich. Zack, zack. So glaube ich könnte man das machen. Nein, kein Geschenk. Herz. Nein, auch kein Herz. Liebe. Ach ne, das hab ich schon. Gibt's hier Wöldetit? Wie Wöldetit? Ich brauch Wöldetit. Wieso musst du das ausfüllen? Ja. Und dann ist da was schönes Weißes drin. Was? Warte. Komm. Was machen wir hier gerade? Äh, eh. Weiß. Sag, was ist es? YouTube. Weiß. Ja. YouTube. So kann man YouTube doch gut darstellen. Ja, bestimmt. Hey, wir sind erster und zweiter. Ich hab grad hier so das YouTube offen gehabt. Ähm, und da halt dieses kleine Fenster oben gesehen. Verstehst? Ja. Da hab ich dieses, äh, Playbutton in die Mitte, das sollte das Weiße sein. Und das rundrum war, ähm, YouTube. Ich schreibe gleich mal wieder YouTube. Warte mal. Was war das? Ähm. Dose. Ne, oh. Deckel hat man schon. Ja. Hey, sag mir das Wort! Oh! Was ist das? Ich weiß es. Äh. Was ist das? Äh. Wasserflasche. Wo heißt es? Ich weiß es. Ich weiß es. Okay. Hä? Wie kann man das schreiben? Hä? Wie kann man das schreiben? Hä? Olympia. Dio Hatmasche. Hä? Ich weiß es. Ich weiß es. Nein. Hä? 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 Kann man auch machen. Uiuiui. Diese Runde geht aber lange. Ich wollte doch eigentlich ins Bett. Oh Mann. Ey da oben steht Niki. Ey. 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 das Ausgleich und Eiferspieler. Mitten in der Aufnahmen. Ey das und dann noch Facecam mal kurz anmachen und dann. Ouhh. Hu ha behä. Ach dix. Uiah. Alli. Hahaha. 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 Warte mal. Hahaha. Gerade mal. zusammen dies sieht komisch aus vor allen dingen das war doch gerade erst dran ich weiß aber es ist auch schon mal passiert regal schon kann das nein nein das haben die da gesehen was es sein könnte ich weiß es nicht habe ich bücher egal war richtig bibliothek am an zehn runden gibt es immer oder was letzte runde er in romann kinker oder ich wer gewinnt weil das samueli was äh ist er weg oh man sauberei Okay. Wie schreibt man E? Wie schreibt man E? Wie E? Also E eigentlich ausgeschrieben. E, A oder? Wie denn? E, A wie E oder was? Ja genau. E, A. A, E. Nee doch. A, E. I, A. Oder A, E. A, E. Okay. Mikrofon. Box. Was gibt's denn da noch? Was ist das? Gefäß? Trichter hatte ich schon. Das bestimmt irgendwas total Einfaches. Batterie. Und du hast gewonnen, oder? Ja. Dann herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns. Okay. Genau. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Bleibt fleischig. Und tschüss. Tschüss. Ja. B